Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, es schaut so aus als wäre ein Sonnensturm auf dem Weg Richtung Erde. Unser AR3664 kann uns noch mal Polarlichter bescheren, so wie es aussieht. Momentan besteht eine Vorabwarnung vor einem G3 Sturm, wahrscheinlich am 04.06.2024. Das Ganze ist noch sehr unsicher, aber wir gucken uns mal an, wie man überhaupt darauf kommt. Wir hatten jetzt mehrere Ausbrüche in diesem Gebiet. Insgesamt drei X-Flares innerhalb von 24 Stunden. Und einer dieser X-Flares hat definitiv einen Halo-Ausbruch verursacht. Und dieser Ausbruch ist auf dem Weg Richtung Erde. Und man muss natürlich gucken, was er jetzt noch weitermacht, denn es gibt hier immer noch kleinere Ausbrüche. Das seht ihr hier. Und da wird immer auch ein bisschen Plasma ausgeworfen. Die beiden anderen Ausbrüche, die vorher stattgefunden haben, haben mit Sicherheit auch geringe Mengen Plasma Richtung Erde befördert. Man sieht zwar keinen Halo-Ausbruch, aber es ist etwas unterwegs. Nur kleine Mengen, auch nicht relevant in ihrer Einzeldefinition. Aber in Verbindung jetzt mit diesem letzten CME, der wahrscheinlich auch eine ordentliche Geschwindigkeit gehabt hat, wäre es durchaus denkbar, dass wir bei der Erde dann eine Überlagerung bekommen. Wir können uns das auch bei Lascaux sehr schön anschauen. Dieser Halo-Ausbruch, den wir hier sehen, erkennen wir sehr, sehr gut, dass es hier eine kreisförmige Erscheinung um die Sonne herum gibt. Das heißt also, dieser Ausbruch und dieses Plasma, was hier ausgeworfen wird, Full Halo nennt man das Ganze. Also von uns aus gesehen eine Plasma-Wolke, die in alle Richtungen von der Sonne abgeht. Und ja, da ist eine bestimmte Dichte drin. Und ja, ein Teil davon wird die Erde treffen. Aber wie immer gilt, Plasma-Dichte innerhalb dieser Felder variiert. Das heißt also, wir haben hier zum Beispiel einen größeren Plasma-Batzen, der hier abgefeuert wird. Und was wir jetzt nicht genau sehen ist, was ist jetzt genau in unsere Richtung unterwegs. Aber da wir einen Full Halo beobachten können, dürfte eine dieser Plasma-Wolken, die sich hier auch im Randbereich befindet, uns dann auch erwischen. Wir haben auf der Sonne mehrere Ausbrüche, die jetzt hier parallel auch stattgefunden haben. Und da muss man mal in den nächsten Tagen gucken. Wie gesagt, 4.6. jetzt mal die Vorhersage für eine mögliche Situation mit einem G3-Sturm, die dann zumindest von Norddeutschland aus wieder die Möglichkeit bieten würde, Polarlichter zu fotografieren. Ob es für das bloße Auge reicht, müssen wir gucken. Das kommt jetzt ganz darauf an, was Flecky in den nächsten Stunden treibt. Aber ich denke mal, der kann schon nochmal heute im Laufe des Tages nochmal ein X-Flair auslösen. Und in der Position, in der er sich jetzt momentan befindet, ist alles, was er tut, wenn es so ein Halo-Ausbruch ist, tatsächlich auch erdwirksam. Und ja, er macht eigentlich genau das, was er beim letzten Umlauf auch schon gemacht hat. Das heißt, da so vom 3.5. bis zum 8.9.5. hat er einen nach dem anderen rausgehauen. Und er ist jetzt wieder genau in einer solchen Phase, wo er eskaliert. Und das ist natürlich jetzt für mögliche Polarlichter eine sehr interessante Geschichte. Die Grundkapazität dieses Sonnenfleckengebietes liegt in der Gesamtkapazität bei X10 momentan. Das heißt, wenn er sich jetzt weiter über die Sonne bewegt, wird er mehrere X-Flares auslösen. Und die haben dann in der Gesamtheit wahrscheinlich X10. Über so X2, X3 wird er wahrscheinlich nicht kommen. Ja, aber provozieren wir mal AR3664 nicht, Flecki, ja, weil immer, wenn man sowas über ihn sagt, meint er anscheinend, er muss das unbedingt beweisen, dass das doch geht. Dann bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ein X10 jetzt nochmal, ja, dann hätten wir wieder G5. Und ja, dann wäre es tatsächlich so, dass wir wieder Polarlichter direkt über Deutschland hätten. Aber gut, so weit sind wir noch nicht und ich traue es ihm momentan nicht zu, dass er das schafft, ja. Das liegt einfach an der Grundkonfiguration dieses Sonnenfleckengebietes. Aber was wir uns angucken können, ist die generelle Entwicklung des Sonnenfleckengebietes jetzt über die letzten 48 Stunden. Und da sehen wir schon, dass da einiges passiert. Aber um ehrlich zu sein, nicht wirklich irgendwas, wo man sagt, das würde jetzt die momentane Aktivität rechtfertigen. Also er kann das zwar, aber es ist bei Weitem nicht so beeindruckend wie beim letzten Umlauf, ja, dass er da wirklich sich so entwickelt plötzlich, dass er dann riesengroß wird. Aber wir haben ja noch, ich meine, du darfst ja einzeln vergessen, im letzten Umlauf, ja, war Flecki hier, ja. Da hat er noch ein bisschen kleiner ausgeschaut sogar. Und irgendwann mal auf Höhe, ungefähr ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, hat er plötzlich angefangen zu wachsen. Und das sehr schnell innerhalb von kürzester Zeit. Und was wir auch beobachten können, sind andere Sonnenflecken, die durchaus aufgrund ihres Verhaltens, was man momentan so beobachten kann, auch noch größere Ausbrüche verursachen können. Wir haben hier einen schnell wachsenden Sonnenfleck, der zwei Zentren ausgebildet hat und eine hohe Grundkomplexität darstellt. Und dieses Auseinanderdriften hier, ja, das ist immer auch für einen Ex-Flair gut. Ja, das heißt, wenn das jetzt noch weiter wächst, das ist auch ein großes Gebiet hier, ne, dann kann das durchaus sein, dass der auch rumst. Und der wäre jetzt auch noch in der Position, wo er tatsächlich auch einen Ausbruch verursachen könnte, der uns trifft. Und wir haben noch ein paar andere Sonnenfleckengebiete, die mit entstanden sind. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine explosionsartige Entwicklung in manchen Gebieten. Und das ist jetzt auch etwas, wo man genau hinschauen muss. Und wo man auch genau hinschauen muss, das ist der Randbereich hier. Hier seht ihr nämlich ein neues Sonnenfleckengebiet, was hier jetzt so reingewandert ist. Da muss man mal gucken, ob dahinter noch irgendwas passiert. Aber wir haben jetzt relativ viele Sonnenflecken auf der Sonne, die wir beobachten können von unserer Warte aus. Und die Entwicklung generell zeigt, dass es einen gewissen Energieschub wieder gibt. Und das kann dazu führen, dass plötzlich irgendwo hier auf der Sonnenscheibe, die wir sehen, also auf der zugewandten Seite, plötzlich ein Sonnenfleckengebiet entsteht, was explosionsartig entsteht. Und das könnte dann auch relativ schnell X-Flares verursachen. Und das könnte dann dementsprechend auch wirksam werden bezüglich der Situation, dass wir wieder stärkere geomagnetische Stürme beobachten können. Generell ist das eine sehr interessante Zeit momentan auf der Sonne. Wir haben sehr, sehr viele Veränderungen und auch sehr, sehr viele Abläufe, die uns zeigen, dass das jetzt tatsächlich das Maximum ist und dass dieses Maximum auch ein paar Monate anhalten wird. Und vielleicht geht es sogar in den Winter rein. Das heißt also, diese Phase könnte jetzt anhalten bis November, Dezember, vielleicht sogar noch ins nächste Jahr rein. Und dann hätten wir zumindest im Winter dann wieder die Möglichkeit, auch Polarlichter zu beobachten. Wobei, man muss ja ganz ehrlich sagen, das Wetter passt halt dann meistens gar nicht mehr. Wir sind ja jetzt eigentlich auch in einem Bereich, wo wir sagen müssen, das Wetter momentan ist suboptimal für die Beobachtung von Polarlichtern. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Seite hier etwas, was sich reindreht. Das ist jetzt nicht nur dieser eine Sonnenfleck, den wir da beobachten können, sondern da kommt noch ein bisschen mehr, zumindest eine aktive Zone. Inwiefern die bereits als Sonnenflecken definiert ist, muss man sich dann auch anschauen. Aber Flecki hat mittlerweile eine richtige Größe erreicht. Und wie gesagt, das Interessante bei diesem Sonnenfleckengebiet ist, man sieht nicht alles definiert durch diese größeren Flecken, die man beobachten kann. Aber wenn wir jetzt mal hier das H im Continuum drüberlegen, oder H im I, dann seht ihr, kann man das vielleicht ein bisschen zurückschrauben, dass wir hier ein bisschen hin und her schwenken können. Die gesamte Zone, die aktiv ist, ist wesentlich größer als das, was man als Sonnenfleck beobachten kann. Das heißt also, die aktive Zone geht von hier bis hier hinter. Das ist die gesamte aktive Zone, die dort auch Magnetfeldlinien produziert, die problematisch sein können für Ausbrüche. Wir sehen hier eine große Schleife, eine große Magnetfeldschleife, die sich jetzt aufgestellt hat, wahrscheinlich durch die Ausbrüche. Nein, die ist einfach nur da. Das heißt also, die hat jetzt mit den Ausbrüchen erstmal gar nichts zu tun. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass hier sehr viel Ladungstransfer stattfindet. Und wir haben auch hier in diesen Gebieten, unabhängig der X-Flares, gehen wir mal kurz nochmal auf Track, Das heißt also, unabhängig der X-Flares, eine enorme Dynamik in diesem Sonnenfleckengebiet. Und ja, das kann durchaus noch für größere Ausbrüche reichen. Jetzt natürlich in der Situation, in der wir uns momentan befinden, ist alles, was da passiert, in irgendeiner Form erdwirksam. Zumindest, wenn Materie ausgestoßen wird. Also, merkt euch mal den 4.6. vor. Das ist alles noch nicht sicher. Das heißt also, wir werden erst morgen ungefähr sagen können, wie das Plasmafeld ausschaut. Aber zumindest im nördlichen Deutschland bis Mitteldeutschland rein. Das heißt also, so Höhe Köln und dann auch nach Osten rüber Richtung Dresden. In dieser Linie ungefähr wäre es durchaus denkbar, dass man bei einer solchen Konfiguration im besten Falle wohlgemerkt. Das heißt, das ist ein Best-Case-Szenario dann Polarlichter auch fotografieren kann. Aber, wie gesagt, enge Kiste. Man muss jetzt mal gucken, wenn er heute nochmal einen X-Flair raushaut, nochmal einen Halo, dann wird die Sache natürlich wesentlich interessanter. Wenn das auch nachweisbar ist, dass Plasma extrahiert. Nein, also Plasma abgefeuert wurde in unsere Richtung. Also, ich fahre jetzt nicht hin und hole da Plasma ab. Ich habe jetzt extra gar keine Zeit. Aber falls da nochmal was passiert, wird es natürlich noch interessanter, logischerweise. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.